Wir sind Backstage, Oberhausen, Olé hier und bei mir steht der Checker. Hallo, ich grüße dich. Hallihallo. Wow. Dein Auftritt ist gleich. Wir freuen uns natürlich riesig. Die Menge tobt. Jetzt schon Partystimmung ohne Ende. Was hören wir gleich von dir? Ja, wir werden erstmal einen Song hören, den ihr alle kennt von den Atzen. Das geht ab auf jeden Fall. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Das geht ab. Hallo. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Heute geht's mir zu schaue, heute geht's nur noch zu feiern, alle Atten sind dabei, und dann macht's die Lüge und Leid, ich möchte nicht mehr, dass du da was nicht getraut, heute geht's los, hey! Das geht ab! Wir Feuern, die Anzehnung, die die Anzehnung, das geht ab! Dann komm ich mit meiner Single und dann komm ich mit meinem gecoverten Song Hammer von Culture Canada und der gehört jetzt mir! Matthias, ich möchte nicht mehr mit meinem Gebet, ich möchte nicht mehr, die Schmerz Haar, dampfst du nicht so wie die Scheiße, doch sie an, die sich auf die Bord, ist immer noch mein Arsch da! Und ich dachte, komm ich, das ist eben süß, schlappern, du bist irgendwie anders, doch ist ein Verhaar, das ist unsere LBG, haben wir hier, auch so die LBG, haben wir hierher, auch so die LBG, keine LBG, nur mein Herr, mach ich herrisch, wir sind eher wegen dir, wenn sich die LBG in der Heres Haar. Du bist komm' jetzt heim, du fährst, du bist sonst in der Wand Hab' ich noch mal an, geht's in den Shoppen-Familien, der Mann Du zu viel, die Lager hab' ich noch, die Shoppen-Penner Du bist das für die Kühe, du hast den dicken Bulli Ich bin schaust, mach' dich ein, nehm' dich mit zum Bulli Du bist ein Mixer aus Spurin, der Kello Ich sing' dein Name, Pity, Poch, Ende Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit Hammer, meinet sich halt nicht unglaublich Hammer, du weißt, dass du überliegst Hammer, wenn du auch bist, du nicht der Liebe Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit Hammer, meinet sich halt nicht unglaublich Wir haben dich im Fernsehen gesehen vor kurzem, vor ein paar Tagen noch Du warst auf Mallorca, Videodreh, was war da los? Ja, also meine Single kommt jetzt raus Die ist schon bei Viva, man kann die schon bei Viva am Tag fünf, sechs Mal sehen Und die ist richtig geil, da haben wir mein Video aufgenommen Für meine erste Single Und meine Single kann man kaufen am 25. Juni Und ich sag' euch nur eins, die ist richtig geil Und die sing' ich auch gleich vor Wir freuen uns auf den Checker gleich bei Oberhausen-Olé Dankeschön Dankeschön auch